Und es reicht. Es ist ein Frosch-Rennen. Besorgt euch einen Frosch. Vor allem der ist rot, das ist ein Fake-Frosch, ich will einen Grün haben. Hallo. Da ist ein Grüner, vor allem ein Kind. Geil, das können wir dem locker klauen. Ja, ich will den Frosch. Gib mir den Frosch. Wir haben einen schüchtern, nicht, es geht. Ne, scheiße. Wir müssen locker einen kaufen, auch das ist mir wert. Ja, dann will ich den Roten. Lamburak. Ja, Blutdörster heißt er, geil. Ich habe einen Frosch namens Blutdörster. Setz den Frosch in den Startkorb, davon der Olny kauft. Beutel mit Froschfutter. Den Frosch aus der Tasche holen. Frosch untersuchen. Sieht hungrig aus. Frosch füttern. So. Immer noch. Der will immer mehr, der sagt, das gibt es nicht. Sieht satt aus. Geil. Jetzt kann ich den, ah, hier in den Korb setzen. Jetzt geht es richtig ab, Alter. Jetzt Blut-Frosch-Huror. Passt auf jetzt. Frosch nicht, das riecht ein bisschen Futter. So, kann ich das nicht machen? Geil. Weiß ich nicht. Oh, ich beginne jetzt hier meinen Frosch rennen. Geil. Los. Los. Alter. Alter, mach. So geil. Ja, ich habe gewonnen. Übelst knapp. Jo, meiner war rot. Okay, warte mal. Ich kann das hier nicht gerade machen, weil Beutel mit Froschfutter. In dieser Taschung ist eine Mischung aus Käfer und seltsamem Gel. Ja. Ich habe den Frosch, ähm, alles durchgeklickt. Hast du noch gekauft? Nicht, dass daran irgendwie backt oder so eine Scheiße. Aber meiner hat auf jeden Fall gewonnen, weil es natürlich der Beste ist. Füttere ich meinen Frosch? Was könnte... Ah, so, ich habe den übertrieben zu füttern. Zoll platzt. Ja, dann lassen wir es. Ja, ich habe... Wo ist jetzt das Scheißding? Ich habe meinen Gewinn zum Glück, Frosch. Hashtag SaveFrocks auf jeden Fall. Wo müssen wir das jetzt? Danke, dass ich ihn umgebracht habe. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hier da oben? Wir können leider nicht alle retten. Wir können leider nicht alle retten.